Das Handwerkzeug, mit dem Menschen täglich arbeiten. Was wäre, wenn man dieses Werkzeug weiterdenkt? So, dass man damit professionell arbeitet und gleichzeitig seine Gesundheit schont. Beim Werkzeughersteller WIHA hat man so schon vor 20 Jahren gedacht und diese Idee in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut Wirklichkeit werden lassen. Als wir die Entwicklung gemacht haben, haben wir ein ganz großes Augenmerk darauf gelegt, dass der Anwender ein bequemes, für ihn spürbares, angenehmes Arbeiten hat. Dafür widmete sich WIHA dem Werkzeug, aber vor allem dem Handwerker und seinen Aufgaben. Aufgaben, für die man mehr oder weniger Kraft benötigt. Und immer ein gleich gutes Werkzeug. Unser Gestaltungsprinzip passt die Griffgröße der Schraubaufgabe an. Das bedeutet, bei kleinen Schrauben habe ich einen kleinen Schraubendreher zum schnellen Eindrehen und bei großen Schrauben habe ich einen größeren Querschnitt zum kraftvollen Eindrehen der Schraube. Damit bekommt der Profi ein gesundheitsschonendes Werkzeug an die Hand. Eines, mit dem er länger, bequemer und vor allem schmerzfreier arbeitet. Das bestätigen auch die Mediziner und Therapeuten der Aktion Gesunder Rücken. Sie haben das ergonomische Griffkonzept mit seinen vier Griffgrößen, die optimal an die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst sind, geprüft und empfohlen. Seit Jahren waren wir uns eigentlich sicher, dass wir tatsächlich ein gutes Werkzeug haben, das auch sehr ergonomisch ist. Und wir haben es jetzt endlich auch mal unabhängig bestätigt bekommen, dass das tatsächlich so ist. VH ist damit der weltweit erste Hersteller von Handwerkzeugen mit dieser Auszeichnung. Für Werkzeuge, die besser zum Arbeiten und besser für die Gesundheit sind. Tools that work for you.